Wir wollen aus der Stadt aufs Land ziehen. Machen wir mal. Ja klar, machen wir das. Hier haben wir auf jeden Fall Möglichkeiten. Wir haben einen Kredit im Nacken. Das wird spannend. Geht los. Buongiorno. Hallo. Ab zur Arbeit. Komm Johnny. Komm. Du darfst mit. Na sag mal. Komm Johnny. Na fein. Hier sind die zwei aus dem Rundervo. Hanna und Anne. Wir haben zusammen Pläne geschmiedet, was man machen kann. Dann hatten wir eine tolle Idee. Dann wollten wir einen Kaffee eröffnen. Ich spiele jetzt mal den Tresen und Anne ist die. Der Tresen geht um Elkeland. Ja, so. War ein langer Weg mit Konzept und Hin und Her. Dann haben wir uns umentschieden. Selbstständigkeit ist jetzt vom Tisch. Kaffee auch. Wir fahren jetzt zu unserem neuen Projekt. Zu einem Landheim in Wilhelmsaue. Da ist das Landheim. In diesem Landheim kommen Schulklassen, aber auch viele private Gruppen. Große Familien und so. Wir haben Ja gesagt und wussten gar nicht so richtig, wozu genau. Und ich glaube, da kommt noch Überraschungen. Ich glaube, überzeugt hat uns, das war die Nähe von, also nach Hause. Also das Regionale. Und dass wir einfach angestellt sind. Und dass man angestellt ist. Ja, und dann haben wir gedacht, okay. Versuchen wir mal. Machen wir mal. Ja klar, machen wir das. Ja. Maxi. Lali, komm. Oho. Guten Morgen, die Damen. Guten Tag. Na? Willkommen im Club der Nachfolgerinnen. Hallo, meine Sonnen. Hallo. So. Hier draußen im Flur. Ich würde euch vorschlagen, hängt mal für den Ernstfall auch mit der Telefonnummer, wo ihr zu erreichen seid, wenn ihr jetzt das Zepter schwingt. Ja. Das ist das erste, was wir machen. Ja. Soll ich das jetzt heißen, Bernd, ja? Also bisher gab es hier immer nur einen Geschäftsführer. Und jetzt haben wir ja zusammen das Ding hier am Hacken und teilen uns quasi diese Bezeichnung. Also wir sind gleichberechtigte Geschäftsführer. Ja. Aber das klingt fast arrogant, wenn man das so sagt. Ja, du hast gesagt Mädchen für alles. Ja. Das ist eigentlich ganz gut. Wir sind Putzfrau, Koch, Bürotante. Es ist spannend, was wir schauen. Alles Zeit. Wir machen da jetzt kurz mal einen Überblick über das ganze Haus hier. Ja. Gott, hier verläuft man sich ja gleich. Hier riecht es richtig nach Ferienlager. Ah. Wonach riecht es? Nach Ferienlager. Nach Ferienlager. Ich freue mich, weil von uns alten, ich sag mal jetzt Anführungszeichen, Säcken oder was auch immer, da ist so ein bisschen die Luft raus. Fast 30 Jahre gibt es die Institution und es ist ein Schatz, den man hier eigentlich pflegen muss, ja? Heute gibt es Suppe. Genau. Klein und groß. Ich will ein Bier. Nee, gibt's nicht. Wir haben ungefähr für 70 Leute hier Geschirr und alles einheitlich da. Also es dürfte eigentlich kein Problem sein. Und 40 Leute passen aber rein, ne? 40 Leute passen rein, aber dass du nicht mit jedem Teller oder Besteck wieder losrannst um das abzuwaschen. Nein, sind die ganzen Bestecken. Also möglichst auch mal darauf achten, dass das nicht zu sehr reingeschmissen aussieht. Also die Optik muss so ein bisschen stimmen, ja? Ja, der macht das einfach wirklich gut. Da müssen wir uns viel abgucken. Ist nicht ganz einfach, wenn jemand was ganz lange gemacht hat, weil er schwer loslassen kann und natürlich auch alles besser weiß. Zurecht. Er macht seine Salate immer mit Apfelsaft. Na gut. Gucken wir mal, ob meiner trotzdem schmeckt. Schmeckt. Man guckt ins Grüne, man hat die schönen gelben Wände und so weiter. Das sieht alles sehr harmonisch aus. Ist jetzt noch etwas? Ja, also ich denke mal, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, sagt's. Ansonsten müsst ihr mich anrufen. Ich glaube, das reicht jetzt erst mal wahr. Jetzt gehen wir das schöne Büro an. Und Nies, komm. So. Danke, Bernd. Ja, da können wir vielleicht mal ein bisschen aufräumen. Oh. Oh, was ist denn das hier? Hm, Kamasutra, oder was? 54 Erotik sehen. Duden, das kann man das Land herbringen. Griechische. Willst du das haben? Nein, danke. Ich hab so was nichts am Hut. Ja, also wir verstehen uns einfach gut. Wir haben uns hier zum Glück gefunden, sonst wäre ich wahrscheinlich. Na ja, einsam nicht. Ich hab schon noch andere Freunde, aber ... Wir sprechen uns eigentlich immer noch jeden Morgen, so wie es auch die ganze Zeit war, eine Nachricht. Weißt du, wie wir geschlafen haben und das war jetzt Wachsinn? Was machst du denn? Es gibt mal einen halben Tag, da kommt nichts. Aber Hannah hat jetzt ja einen Freund. Ich freu mich auch wirklich sehr. Dadurch ist es ein bisschen dünner geworden, ist aber nicht schlimm. Ich hab auch genug zu tun. Ich kann nicht ... Naja. Ich find jetzt nicht, dass es dünner geworden ist. Das merkst du nicht, weil du die ganze Zeit ... Ja, du merkst ja auch nicht, wenn du mal Besuch hast und dich nicht meldest und ich dann da sitze und warte. Ja. Naja, ich freu mich auf jeden Fall wirklich für Hannah. Mal gucken, ob der jetzt hier bei uns auch mal irgendwann mitmacht. Hausmeister wird Meister. Aber so handwerklich ist er nicht, ne? Doch. Ja? Okay. So, und jetzt? Unser erster Arbeitstag und wir wissen gar nicht, was man machen will. Na, jetzt noch ein letztes Mal. Dieser Stein, willst du den wirklich so lassen? Ja? Na, klopf es ab. Danke. Unbedingt wützt. Oh. Boah. Da müsste mehr Stunden haben der Tag. Der Weg muss fertig werden. Weil, wenn es regnet, dann ist alles motterig. Und dann schleppt man den Motter mit rein ins Haus. Oder man hat sich schön angezogen, will wohin? Oder mit den Hackenschuhen geht's natürlich auch nicht. Am Auto schon aus dem Schwein? Ja, genau. Ich weiß nicht, ob ich das erzählen kann. Ich erzähle dir das. Wir kennen uns ja jetzt erst anderthalb Jahre. Aber ich glaube, dass die Freundschaft zu anderen eine beständige ist und dass die bleibt. So, ja. Vorher haben wir nur Pläne geschmiedet und alles war halt die Daiti. Und jetzt kommen halt so die ersten Holpersteinchen dazwischen. Jetzt würde sich halt wirklich etwas verändern. Ich habe da jemanden gängengelernt über eine Dating-App. Den Max. Er wohnt in Berlin. Wieso liegen da eigentlich Heide? Ich habe alles verbaut, was ich hatte. Also, ich würde da noch Erde drauf machen. Na dann. Aber du bist der Chef. Mach weg. Also, ja. Die machen das so, was du sagst. Nein, aber weil sie kippeln ist scheiße. Ich werde mich nicht streiten. Und ich will nur das Beste für deinen Weg. Ganz bisschen bin ich die Pingeligere. Obwohl ich auch viel schnell bin. Aber du machst das schon ordentlicher als ich. Ich bin noch fixer. Wenn man so einen perfekten Weg will, dann würde ich es mir auch nicht zutrauen. Aber wenn man nur selber damit zufrieden sein muss? Oder Hanna jetzt hier? Na ja. Und außerdem ... Na ja, was heißt ... Also, ich mache es ja wahrscheinlich auch nicht richtig. Jeder, der sich das jetzt angewinkt. Du musst doch erst mal so und so. Und dann muss doch noch Sand runter. Also, mein Schwager zum Beispiel. Der würde das ganz anders machen mit so Bändchen und so. Ich weiß, dass da Sand runter muss und Kies und Ablauf und so. Aber ich habe keine Lust. Wir haben es ja erst spät kennengelernt. Aber dann festgestellt, dass ... Also, mir fällt es bei Hanna total gut. Eher bei mir. Also, dass wir einen ähnlichen Geschmack haben. Und das ist ja auch wichtig. Dann haben wir eh eine Linie. Und das war oft das gleiche Denken auch. Also, wenn der eine irgendwas denkt, dann sagt das der andere. Ja, stimmt. So. Oder Hanna ... Manchmal ist das schon ein bisschen gruselig. Unausgesprochenes Verstehen. Ja, das ist ja normal, wenn man ... Nee, für mich ist nicht normal. Das ist schön. Kann man nicht mitheben. Ja, das finde ich. Ja, das stimmt. Oh. Wenn das jetzt aber Ratsch macht ... Dann liegst du unten. Oh. Dann bleibe ich liegen. Berlin fehlt mir nicht. Als ich hier angekommen bin, habe ich mich von Anfang an wohlgefühlt. Aber erst mit Hanna hat es sich hier so richtig gut angefühlt. So wie ankommen. Deshalb bist du quasi mein wichtigster Bezugspunkt. Jetzt hat Hanna ja Max gefunden. Und das hat mir ja nur gezeigt, dass das manchmal doch ganz schnell gehen kann. Also, ich merke jetzt schon, dass ich weniger Zeit hier habe. Irgendwie. Sonst war man ja nur hier. Und jetzt bin ich ja gefühlt nur unterwegs. Also, das hat sich schon geändert. Und da ist es schon schwierig, Anne nicht zu vernachlässigen. Oder manchmal habe ich dann schon ein schlechtes Gewissen. Ich denke, ich habe mich ja heute noch gar nicht gemeldet. So, obwohl ... Oder sieben Stunden nicht auf eine Nachricht geantwortet. Oder so. Jetzt geht es nämlich los. Und dann habe ich immer ein schlechtes Gewissen, dass Anne denkt, ich vernachlässige sie. Aber so ist es ja gar nicht. Ach, diese Männer. Jetzt liegt die da in der Hängematte und erzählt, dass sie immer noch Single ist. Oh, hier immer nicht angeschnellt. Weil hier hält mich nämlich immer der Herr Ewald an, der Dorfpolizist. Schon zweimal. Also, ich bin jetzt ausgestiegen aus dem Landheim. Wir haben heute so ein Mitarbeitertreffen, also so eine Art Versammlung. Und da wollen wir die darüber in Kenntnis setzen, dass ich jetzt nicht mehr da bin. Na? Na? Oh, ist das warm, wa? Hallo. Oh. So, ich kann schon alle Rinnrinn sehen. Hallo. Hallo. Hängst du an, Anne? Ich wollte nur sagen, dass ich jetzt erst mal Pause mache. Ich bin jetzt Krankheitsvertretung in Alt-Ranft im Museumscafé. Hanna hat mir im Büro morgens erzählt, ach übrigens, da ist die Sarah, die braucht eine Vertretung, weil da jetzt nicht so Feuer und Flamme. Aber dann doch. Und dann habe ich es mir angeguckt, na klar, weil das ist genau das, was wir eigentlich vorher vorhatten. Dann hat Hanna uns drei Monate auf dem Holz ganz alleine. Ich habe ja von vornherein gesagt, ja mach doch, wenn du das möchtest, dann mach. Aber danach kam halt so, wie soll ich das jetzt alles alleine machen? Und dann dachte ich aber, warum denke ich das denn? Und dann habe ich gedacht, na wahrscheinlich, weil wir immer alles zu zweit gemacht haben. Ja, wenn wir uns kennen, machen wir alles zusammen. Genau, wenn wir uns kennen, machen wir alles zusammen. Und das war jetzt, jetzt stehe ich alleine in weiter Flur. Ihr bricht eure Pläne, aber auch so. Selbst die lustvollen Sachen, lasst du alle los. Ja, Anne muss herarbeiten jetzt. Selbst gewähltes Elend. Ja, war schon ein kleiner Schock gewesen. Wahrscheinlich muss es so sein, dann kann es eigentlich nur noch besser werden. Ja, wenn du am Anfang schon so viele Turbulenzen hast, ja. Ja, ähm, noch ein bisschen mehr Chaos. Oh, mit Anne wäre es schon gut, also besser. Oder mal gucken. Entschuldigung. Naja, also es ist ja nicht so, dass ich das Projekt aufgekündigt habe. Nee, aber trotzdem. Ich bin jetzt erst mal alleine und in diesem großen Haus, in dem staubigen Büro. Nicht schlimm. Ist nur erst mal komisch, wenn man zusammen was plant und dann... Ja. Macht der andere was anderes. Also wir sind hier in Alt-Ranft im Oderbruch-Museum, im Schloss. Hier gibt es kleine Kaffee. Eigentlich war ich eine Krankheitsvertretung. Aber jetzt gesund werden verzögert sich noch. Die kommt dieses Jahr nicht wieder. Und so kann ich hierbleiben. Jetzt habe ich aber immer hier einen Kaffee. So. Die mache ich warm. Wollen Sie alle ein Glas haben oder einen Strohhalm oder eine Flasche? Strohhalm. So. 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 den Tag nicht vor dem Abend loben. Ein paar kommen jetzt auch, weil ich ein bisschen Werbung mache mit Schildern. Die meisten sind Museumsgäste. Obwohl jetzt auch schon ein paar Noten Kaffee trinken kommen. Das ist ganz schön. Das Café beschäftigt mich quasi rund um die Uhr. Ich weiß, dass das lustig klingt. Hanna denkt ja auch immer, 11 bis 17 Uhr, mach die doch nicht so. Fertig, ist doch voll Zeit. Ist überhaupt nicht Zeit. Also erstmal schlafe ich schlecht, weil ich in der Nacht überlege, ob man Mascarpone und Frischkäse miteinander austauschen darf. Ich möchte unbedingt tolle Sachen machen und deshalb rattert sich die ganze Zeit. Auch in der Nacht. Den Tag habe ich nachts wirklich meinen Hund in den Ofen geschoben im Traum. Bei 50 Grad wie ein Hefeteig, dass er in Ruhe gehen kann, weil ich dachte, dann soll er da warten. Ja. Hallo. Heiße Schokolade. Ach, kann ich machen. Ist Ihnen so kalt? Nee, eigentlich nicht, aber ich trinke die gerne. So, bitteschön. Das ist aber schön. Jetzt wusste ich nicht, ohne Sahne sieht halt nackig aus. Aber Sie wollten das so. Nein, ich wollte das ohne Sahne. Danke. Gut. Drei bitte. Vielen Dank. Vorsicht, heiß. Ja, das sollte es sein. Da kalt wird sie von alleine. Also alle, die kommen und was Neues machen, sind willkommen, muss ich sagen. Wir sind Alt-Rampfer. Und deswegen ist das schon mal immer erfreulich, wenn hier im Museum was Neues wieder ist und vor allen Dingen, wenn das Gaststätte hier eben weitergeführt wird. Das Brot schmeckt nach Unterbruch. Das schmeckt richtig lecker. Selbstgebacken und bestimmt auch das Getreide hier aus der Umgegend. Das ist für mich auch ein Stück Heimat und deswegen freut mich auch, wie viele Menschen hier herkommen und irgendwas auf die Beine stellen. Und wie mutig das auch ist. Hanna ist nicht mehr Single. Im Moment sehen wir uns gar nicht. Wir haben uns das letzte Mal, glaube ich, im April, also vor zwei oder drei Monaten gesehen. Wir schicken uns Sprachnachrichten. Das wurde auch ein bisschen weniger, weil irgendwann, da fehlt es dazwischen. Da ist jetzt nichts kaputt gegangen, aber eigentlich ist es plötzlich abgebrochen. Es ist komisch, weil es so von 100 auf 0 gegangen ist. Ich glaube, dass ich ein bisschen trauriger darüber bin, weil Hanna gerade verliebt ist. Da merkt man nichts. Man kann nicht alle Sprachnachrichten teilen. Das kann man mal zwischendurch, aber nicht so über Monate. Also als Hanna das Café übernommen hat, habe ich alleine das Landheim weitergeführt und dann aber relativ schnell gemerkt, dass ich das alleine nicht will und auch der Job an sich jetzt nicht mich nicht erfüllt. Also Hotellerie nicht meins ist. Also ich bin hier heute noch mal im Büro, um meinen Schlüssel abzugeben, meine letzten Dokumente einsammeln und dann bin ich aus der Nummer raus. Das fühlt sich halt ein bisschen merkwürdig an, weil ich mich einfach hier nicht so wohl gefühlt habe. Und jetzt hier noch mal reingehen zu müssen ist so ... Mir hat es einfach nicht gut getan, diesen Job auszuüben. Ich war jetzt nicht überfordert, aber ich habe halt gemerkt, ich habe gar keine Zeit mehr für irgendwas anderes. Immer nur arbeiten möchte ich nicht. Ich möchte jetzt auch natürlich mit Max und so eine andere Situation, weil ich dann auch ein bisschen Freizeit mit ihm haben möchte. Max wohnt ja in Berlin. Zurück in die Stadt will ich nicht, habe ich Max auch gesagt, dass ich da gar keine Ambitionen habe, komplett umzuziehen oder das Haus zu verkaufen oder so. Also ich kann natürlich mir vorstellen, dass man so zwei, drei Tage in Berlin ist und ich dann hierher fahre, auch wenn Max jetzt in Berlin bleiben möchte oder so, aber ganz komplett, nee, da kriegt er mich glaube ich auch nicht hin. Im Moment kriege ich Arbeitslosengeld noch, das ist aber bald vorbei. Also ich muss mir jetzt ja überlegen, was ich jetzt mit meinem Leben anstelle. Anne hat jetzt ihr Ding gefunden und ich muss mir jetzt, ja, mal überlegen, was ich noch kann. Zukunftsängster habe ich voll oft, dass ich immer denke, Gott, was mache ich denn jetzt? Also manchmal wache ich auf und denke, scheiße, das ist alles richtig kacke. Ich weiß überhaupt nicht, wo es jetzt hingeht und was ich machen soll. Ich brauche Geld. Klar, kann ja sein, dass ich jetzt doch noch ein Kind kriege oder so. Wer weiß. Ja, weiß noch nicht so richtig, wo die Reise hingeht. Man glaubt es nicht, aber ich bin 13, 14, 15 Stunden am Tag im Moment auf der Däne. Ich verstehe gar nicht, was ich die ganze Zeit mache, aber einkaufen, Kisten schleppen, Lehrgut wegbringen, backen, kochen, einwecken. Alles schöne Sachen, aber viele Sachen und ich komme nach Hause, putze meine Zähne und gehe ins Bett. Ich bin sehr erschöpft, auch wenn man es nicht sieht, aber ich bin richtig, richtig müde und zwar schon seit Tagen oder eigentlich seit Wochen. mit einer ... Also im Moment haben Hannah und ich wirklich wenig Kontakt. Vorher waren unser Leben wirklich sehr ähnlich. Wir waren beide Single, hatten wieder einen Hund und haben ein Haus und keinen Plan. Und eine Idee und einen Traum. Das hat sich jetzt alles verändert. Also Hannah ist nicht mehr Single. Den gemeinsamen Plan gibt es nicht mehr. Erstmal ist quasi meine Freundin, die da so ganz präsent war, nicht mehr da. Das muss man erst mal verstehen. Das Schwierigste im Moment für mich ist eigentlich immer meinen Hund abzugeben. Mein Hund ist mir sehr wichtig, aber im Moment ist mir das Kaffee auch sehr wichtig. Und deswegen muss er einfach zu gehören. Ein sehr guter Freund von mir da so lieb ist, auf meinen Hund aufzupassen. Drei Tage frei. Drei Tage frei. Und war alles gut? Ja. Rumpelt er? Nö. Fein. Fahrradfahrer rennt da hinterher im Wald. Na, das macht er ja gerne. Genau. Naja, aber die sind dann schneller gefahren. Das ist das Schlimmste, was man machen kann. Wenn Göran nicht wäre, keine Ahnung, was ich da machen würde. Dann könnte ich das Projekt streichen oder müsste meiner Mutter den Hund aufbinden, den schwarzen Hund auf dem weißen Teppich. Ich glaube, das würde nicht gut gehen. Hannah hat immer ein schlechtes Gewissen, weil der Hund so oft hier ist. Und ich sehe das aber nicht so, weil wenn man einen Hund hat, ist ein zweiter Hund egal. Ach Gott, jetzt habe ich gar keinen Platz im Kofferraum. Oh. Dann sind ja die Katzen wieder mal rausgekommen. Komm, Leo. Mach auf. You're fine. So. Ah. Ja, dass es Max jetzt gibt, habe ich Hannah von Anfang an gegönnt. Also noch nie war ich deswegen eingeschnappt oder elfversüchtig oder so. Es hat sich aber trotzdem was verändert und das ist auch gut so. Also Hannah ist noch ein Stück jünger als ich und ich würde mich total freuen, wenn die noch ein Kind kriegt und mit Max irgendwie alles klappt. Natürlich würde ich mir wünschen, dass ich auch jemanden treffe, mit dem es so gut funktioniert. Aber das kommt ja, wann es soll und nicht, wenn ich es mir wünsche. Da gibt es halt auch so Phasen, da wünscht man sich das mehr oder manchmal finde ich es schade um die Zeit, die so vergeht, die ich ja auch mit jemandem teilen könnte. Wenn man mal so guckt, also ich war auch bei so einer App, man kann ja da so einen Umkreis eingeben. Da ist die Auswahl schon sehr, sehr klein hier in der Gegend. Also ich würde jetzt auch nicht irgendeinen nehmen, nur um nicht alleine zu sein. Also dann lieber, wer will denn schon einen Trottel? Ich bin gar nicht mehr da hochgewachsen. Ich bin gar nicht mehr da hochgewachsen. Im Sommer muss man ja immer das essen, was im Garten ist, sonst wird es alles schlecht. Anne kommt ja nachher und dann sehen wir uns mal nach der langen Zeit jetzt, nachdem sie das Café angefangen hat, mal wieder geplant, äh, ungeplant. Klappt es ja nicht mit dem Treffen. Also ich habe ganz oft den Vorschlag gemacht, lass doch mal treffen. Und dann war aber immer, ach, ich muss noch Rasen mähen. Ups, jetzt ist es schon 15 Uhr, jetzt muss ich eigentlich backen. Ich glaube, sie hat immer gedacht, ich mache jetzt nur noch alles mit Max. Das hat sie mir jetzt nicht so oft gesagt, aber ich habe das durch andere dann auch gehört. Und ich habe immer gedacht, nee, also ich bin jetzt nicht wieder in diese Beziehungsfalle getappt und hänge jetzt nur noch mit meinem Freund in einem Zimmer und habe mich abgeschottet. Das dachte sie, glaube ich. Ich möchte ihr eigentlich damit zeigen, dass sie immer noch in meinem Leben eine Rolle spielt. Und dass ich sie nicht vergessen habe, was sie immer denkt oder gefühlt hat. Und ja, dass das alles eigentlich beim Alten bleibt, ist. Ich hatte oft schlechtes Gewissen, weil sie war halt oft sehr traurig und am Anfang habe ich es halt nicht so verstanden. Und dann hatte ich schon schlechtes Gewissen und dachte, ich muss mich mehr melden und ich muss für sie da sein und so. Aber ich habe es dann ja probiert und das Ding war ja, dass es auch nicht geholfen wird. Ich musste einen Anlass finden, dass sie sich Zeit nimmt, weil sonst gibt es immer Sachen, die wichtiger sind, als mit mir ein Bier zu trinken. Ich habe eine Einladung hingeschickt und habe gesagt, hier kommst du bitte dann zum Essen. Und jetzt muss sie kommen, dass wir uns mal wiedersehen nach drei Monaten. Sichtig? Hier wächst ja schon das Gras zwischen den Backsteinen. Ich kriege sie wieder raus. Wie lange liegen die dann schon? Noch nicht so lange. Guten Tag. Das ist nach der Cremont, weil du mir nicht gesagt hast, ob du ihn hast. Ja, ich habe etwas anderes. Aber reicht bestimmt nicht. So. Es gibt so viel zu erzählen. Ach, sieht das schön aus. Wo ist denn mein Platz? Lass du dir aussuchen. Oder da hinten lieber. Das habe ich auch noch vergessen. Das Wichtigste. Sehr schön. Du siehst ganz schön aus. Wir haben uns so lange nicht gesehen. Ich habe ganz lange Haare jetzt. Und wir müssen mal wieder färben? Ja, machen wir. Als ich hier ankam und den schönen Tisch gesehen habe, ist mir gar nicht viel durch den Kopf gegangen. Ich habe mich nur ganz doll gefreut und sofort ein warmes Gefühl gehabt und mich wohl gefühlt. Unser erster gemeinsamer Sprudel seit drei Monaten. Vier. Vier Monate? Guck mal ab April, Mai, Juni, Juli, August. Ist jetzt August? Ja. Guck mal, dann sind es schon viereinhalb Monate. Krass. Erzähl mal, was gibt es denn Neues? Die Arbeit macht immer noch großen Spaß. Und da habe ich noch jemanden getroffen. Im Café? Nein, im Café. Er war wohl anders und kam dann aber ins Café. Er wusste ja, wo er mich findet. Der Prinz. Der Prinz? Ja, sagen wir mal. Heiner, der Prinz. Haben wir doch immer gedacht. Ja. Was ist mit mir los? Ich habe jemanden kennengelernt. Den Heiner. Nicht den Heiner von der Vogelweide. Genau, also einen richtig coolen Typ, der mir gut gefällt, den ich aber noch nicht besonders gut kenne. Aber jetzt macht er mir Spaß und ich hoffe, ich ihm auch. Und jetzt werden wir mal weitersehen. Mal gucken, auf jeden Fall bis jetzt. Siehste, da ist es nämlich passiert. Ja. Hast du ja Zeit für den? Naja. So ein bisschen Zeit findet man ja immer. Und dann muss man ja eh sehen, weiß man ja nicht. Kann ja sein, dass das sich schon nächste Woche wieder erübrigt. Also doch ein Vollforsnitzel. Achso. Willst man ja nicht. Aber ich glaube nicht. Mein Gefühl sagt nein und manchmal stimmt es ja. Also ich kriege immer relativ schnell, wenn ich nervös bin, rote Ohren. Und das kriege ich. Also ich kriege rote Ohren. Genau. Mir gefällt die Situation. Ich hatte sowas ganz, ganz lange nicht. Schon, dass mir mal jemand gefällt oder so. Aber das gerade macht mir sehr viel Spaß. Und ich versuch das nicht zu zerdenken. Ich werd ja sehen. Eigentlich hab ich gar keine Zeit. Aber wenn der Heiner mich ab und zu mal besuchen kommt. Und ich ihn vielleicht auch mal. Dann wird man ja weitersehen. Das ist grad cool. Ich lass es kommen. Und genieß es einfach. Ja. Auf das nächste? Auf alles. Ich freu mich ganz doll, ganz doll für Anna. Ich hab mir das ganz doll gewünscht. Ich hab's nicht geglaubt, dass da jetzt in dieser schwierigen Zeit irgendjemand kommt. Aber das hat mich sehr überrascht. Aber ich hab mich total gefreut, dass das jetzt so ist. Also auch für mich. Weil für mich bricht ja dann auch so ein kleiner Punkt, so eine Schwere weg. Dass ich ihr einziger Halt bin. Und dann gibt's dann noch jemanden, der vielleicht ihr Halt sein könnte und so. Deswegen, ja. Ich freu mich auch schon, den kennenzulernen. Und ein Vierer-Date. Vielleicht kriegst du ja auch noch ein Kind. Nee, ich krieg ganz sicher, bitte, bitte. Oh Gott, bitte, bitte. Nee, ich möchte kein Kind. Kommt mir gar nicht in die Tüte. Unsere Freundschaft in den letzten Monaten, die hat vielleicht nicht gelitten. Ich glaube, ich hab gelitten. Also enttäuscht war ich von Hannah auf jeden Fall zwischendrin. Aber ich glaube jetzt im Nachhinein, dass das alles meine Mülligkeit war. Weil die hat mir ja schon zwischendurch, wenn ich mich beschwert hab, eine Nachricht schickt und mir an den Boden vorbeizukommen, dann sag ich, nein, dann muss ich schlafen oder so. Also ich hab ja auch alles abgewährt, weil ich so müde war. Jetzt entspannt es sich. Und das ist ganz cool. Und ich glaub auch, dass das okay ist, wenn's mal in guten und schlechten Zeiten eben. Es war sehr schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Na sicher. Für mich auch mal. Nicht nur Hubertus oder wie er heißt. Heiner. Heiner.